Was ist denn das neue Smash, das äh... Wat? Ridley? Ach, Ridley wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich find Ridley irgendwo mega overhyped, weil er irgendwie überhaupt nicht reinpasst, find ich. Sorry, aber irgendwie... Ridley passt da einfach überhaupt nicht rein. Aber ich glaub, ich bin der Einzige, der da... Der da... Der diese Meinung hört. So eine unpopular Opinion. Weil ich mein, normalerweise ist das Ding dreimal so groß. Das ist ein fucking Space Pirate Dragon. Und jetzt haben sie einfach die Schrumpfgun an ihm angesetzt und auf einmal ist er so groß wie der restliche Garst. Sora, das ist genauso unrealistisch. Mein, Nintendo hat so viele Charaktere noch, die man nehmen könnte. Ich mein, auch wenn's ein Meme ist, aber man könnte Waluigi endlich mal ein bisschen, äh, Aufmerksamkeit geben. Mein Sack... Selbst fucking Daisy ist reingekommen. Und jetzt nennen sie das Ganze ja Echo-Charaktere. Es ist ein fucking Klon. Und ein schlechter noch dazu. Weil die Frau fast genauso aussieht. Nur leicht color-swapped. Ja, das Wolf wiederkommt, weiß ich. Das find ich auch nice. Aber ich hab keine Switch. Also ist mir das, äh... Ist mir Smash Ultimate sowieso relativ scheißegal. To be honest. Smash interessiert mich da generell wenig, weil ich keine Switch hab. Und dass jeder jetzt halt ein Ultra-Smash kriegt, der tatsächlich Sinn macht, find ich auch gut. Weil einige waren so unglaublich sinnlos und dumm. Allein der von Pummelhof. Wenn du auf so einer großen Map warst, ist es im Grunde einfach nur, als ob du das Ding benutzt und einfach verschwendest. Ach ja, stimmt. Der Alligator hatte ja Hooks Uhr gefressen. Da war ja was. Naja, so Ridley, da... Da hatten sie bessere Optionen. Welche, die besser passen, irgendwie. Für mich wirkt das dann halt sehr nach dem Motto, sollen jetzt hört auf zu jaulen, ey. Wir haben es jetzt unlogisch gemacht. Jetzt lebt damit. Let's face it. Ridley ist doppelt so groß, mindestens. Und eigentlich eine Tötungsmaschine. Ich hab letztens nur auf den Server gepackt. Vielen Dank für den Bit, lese ich sofort. Ridley hat die Eltern von Samus umgebracht. Und ich weiß auch nicht, das ist... Meiner hat auch mal im Trailer Mario und Megaman umgebracht. Das ist genau so eine Sache. Äh, was kommt noch? Ne, 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 ne? Die Enklinge. Mit denen kann ich sowieso nichts anfangen. Das ist auch so... Für mich auch so eine Verschwendung von Plätzen irgendwo. Wir nehmen einfach die Viecher, die absolut keine Charakteristik haben und schmeißen sie rein. Mein Gott, mach ich mich bei Nintendo-Fans gerade beliebt. Ah, meine Güte, Nintendo hat so viele Charaktere. Oh, Riku denkt sich so, fuck that shit. Mom, bist du Scheiße. Vor allem, was ich mich ja frage, haben wir denn jetzt im Smash, das hab ich gar nicht nachgeguckt, das kann mir das eine beantworten, haben wir denn jetzt in Smash Ultimate drei Links? Sprich, normaler Link, Young Link aus Melee und Toon Link aus Wind Waker? Äh, ist, ist das fucked? Haben wir also dreimal denselben fucking Link jetzt? Ernsthaft? Dreimal Link? Grad sagen jetzt, die Manage kommt irgendwann wieder. Wollen wir mal gucken. Ist nicht auch TP-Link dabei? Echt? Noch ein Link? Vier Links? The Legend of Smash Bros. Ja, viel Spaß dabei. Das ist schon schlimm genug, dass es dreimal denselben Charakter gibt. Das hast du in kaum einem anderen Fighting Game. Selbst Capcom hat sich mittlerweile gedacht, ja gut, Ryu und Ken sollten vielleicht mal ein bisschen unterschiedliches Moveset haben. Und guess what, sie haben's. Und halt dich von Dimwits fern, die Ansem heißen. Or else you get Norded. Und ja, das ist, äh, Genorded werden, das ist ein tatsächliches Ding. A man? Ja, das ist, äh, Just tell me. I really can't. I've got to keep it a secret. Now it was me, you don't. I'm like the best secret keeper in the world. Nice try. Oh, Riku. Protect the things that matter. Right. My friends matter to me too. So, I still have things that I have to protect. Locked. Was? Hintermarфit ist doch geil, noch ein Schwert. Äh, wenn wir... sagen Sie, dass wir den Dämonen mit Leichtigkeit töten. Ja, aber selbst Selbst Bayonetta, ich weiß auch nicht Ich bin ein bisschen Mixt, was sie angeht Passt irgendwie, ist genau wie Cloud, das sind alles so Sachen, wo Irgendwie nicht so ganz ins Bild passen für mich Der ist bestimmt nicht böse, nein Kommt jetzt schon das, wo ich befürchtet hab Geck, 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 geck Wow Geht's jetzt wieder? Das Bild war grad ein bisschen Huiuiui Es ist dasselbe, nur mit Besserer Magie Okay Why not though Gäh Ähm Ähm Äh I cannot landen Äh Wo komm ich jetzt von da? Wo ist Opa, willst du hier mit mir reden? Äh, dieses Ja, okay Das andere ist jetzt einfach nur eine Kugel, die da rum steht Oh Oh Ja, jetzt kommt der Kaffee, meinet. Wie ist er da hochgekommen? Gute Frage. Vor allem, warum muss er da hochgehen? Könnt ihr die einfach unten bleiben und warten, bis Terra vorbeifliegt? Dunkler Impul... Oh, nee. Dunkler Impuls ist voll scheiße. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Oh, shit. It's darkness. It's the darkness. Oh, this will be fun. It will be not. I don't wanna. I don't wanna. Ich will nicht. Muss das sein. Ach, nö. Nö. Ach, nö. Tut das wirklich nicht? Crash landt einfach das Schiff in ihm. But you must exist no more. Ben! What? Master! Have you gone mad? Terra! I command you. Step aside. No! You will not heed your master. I won't. Why do all my attempts to reach you fail? Weil du einfach... Alter. Da brauchst du gar nicht so eine Krokodilsträne heulen. Ich sympathisiere nicht mit dir. Enough! Terra! He's right! Quiet! Terra! You may be my master, but I will not. Let you hurt my friend! Has the darkness taken you, Terra? Meine Güte, du bist eine übergroße Heulsuse. Weißt du das? Wait, Terra! Oh, dieser Kampf. Oh, this will take a while, kids. Das wird Weilchen dauern jetzt. Der Grund, was alles in Genovats falsch ist. Es steht hier und sieht aus wie Hanzo. Wir müssen die ganze Zeit in dem Scheiße arbeiten. Oh boy. Ja, ich nehme währenddessen Schaden. Ja, ich nehme währenddessen Schaden. Das, das, danke für den Bitt. Ich kann auch nicht irgendwas machen dabei. gasp, ich nehme esran. Oh, das geht weiter. Ruhe mit! com ja ha Ja Hat das ist nur der kram ja 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 geil ich tu den ganzen fight so gut und dann so ne scheiß insta kill combo ist ja wundertoll ja gesamten fight so gut gemacht weißt du und dann ne dumme insta kill combo fucking balance das shit hier hat ja das war ja klar ja 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 Suck a dick So, geht doch Schwachkopf, ey Weißt du, Kingdom Hearts Eins, zwei, drei, vier, fünf Noch zwölf, wär nie passiert Wenn du nie existieren würdest, Junge Wärst du nicht so ein beschissener Meister gewesen Nein, du hast generell versagt Fahren wir weiter No one will miss you Fick dich weg, Hanso Master Square Master Square Get Nordic Still so retarded, wohl ja No one will miss you The Keyblade Graveyard No one will miss you By the way, bin ich eigentlich der Einzige, der findet Das Keyblade Graveyard Einfach mal der Edge-Lordigste Name ist Den sie sich hätten einfallen lassen können Für so ein Ort Ich mein, wir brauchen den Ort für ein Finale Keyblade Graveyard Alter, ne Off Death No one, vielen Dank für den Host Mein Lord, mein Dude Das ist einfach der Edge-Lordigste Name Mit dem man sich hätte ausdenken können Können sogar noch noch Edge-Lordiger machen Dunkler Keyblade-Friedhof des Todes Tara, ich weiß, du bist nicht der Hellste Aber du solltest langsam mal verschwinden Meine Güte Muss man dir alles buchstabieren Junge, Junge Wenn Aqua I won't let him hurt you Wusch Chaos 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 Okay Können wir das mal ganz kurz so hier verinnerlichen Das fucking Keyblade heißt Chaosbringer Schwarz-Rot Meine Güte Hat man hier für das Finale wirklich die Edge-Lords aus der Abteilung Wirklich damit beauftragt, den Scheiß zu designen Und Sonya und Square haben einfach nur gesagt so Ja, stimmt so Chaosbringer Und es hat ein Auge Es sieht aus wie fucking Soul Edge, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt Oh mein Gott Items Zeig das mal her Es ist doppelt so stark Weißt du Es hat Minus-Magie Minus Aber es hat ein fucking Auge Aber es hat ein fucking Auge Es ist das Edge-Lordigste, was man sich ausdenken kann Oh, ich sterbe Oh, warte mal Magie Baue ich sowieso nicht mehr Gib mir mal irgendwas, was noch wehtun könnte Gib mir mal Sprungangriff Und ich noch irgendwie Wir gehen mal beim nächsten Morgi nochmal gucken Ob wir da irgendwas cooles finden Who knows So, alles was weh tut Die einzige Magie, die wir haben, ist Heilung Und da hört es dann auch schon wieder auf Es ist einfach das Edge-Lordigste überhaupt Zumal hier können wir ja auch nochmal Hier gibt es glaube ich auch noch normale Gegner, die wir bekämpfen können Es ist einfach Ne Es ist so Edge-Lordig auf einmal Leute hassen mich glaube ich, dass ich dieses Wort so oft benutze Edge-Lordig Aber es ist leider so It's true Edge Oh Gott Immerhin das Schwert sieht cool aus Don't get me wrong Aber es ist Edge-Lordig as fuck Keyblade Ich sag da nix mehr zu Ich sag da gar nix mehr zu Für Keyblades und ihre Besitzer Ja Was mich nur verwundert ist Gibt es tatsächlich denn so viele Keyblade Master Aber Fakt ist halt Erecus war für mich persönlich damals um so viele schwerer Also damals auf der PSP Ich hab keine Ahnung wie lange ich dafür gebraucht hab Und jetzt gerade eben beim zweiten Versuch Es geht Da guck dir dieses Edge-Lordige Schwert an So ein langes Ding ist das auch noch Geh lange Ich brauchte aber mal nen Mokel War das nicht so Hier so Gegner drin Ich glaub irgend so was war da Ja Unzensierte Die auch nicht schlecht Die unzensierte Aber ohne Scheiß Ich weiß noch wie lange ich damals Auf meiner PSP für Erecus gebraucht hab Das hat so unglaublich lang gedauert Aber gut Magie ist jetzt halt an sich wertlos bei mir Könnt ihr auch mal Trauer Alter ihr Nervensegen Die Arena macht einen auch nur geringfügig 3D-Stick So ein bisschen ja Wow Und dann muss ich die Framerate erstmal wieder beruhigen Geh weg Tornado Ich will dich nicht Oh Gott nein Das sind die Normalen In groß Scheiße Wir sind in der Purple Zone Alter Da ist noch wer Zack Oh Schuhe Schuhe in Übergröße Was ist das hier Wurde zu dunkel Was Dunkler Stern Es ist absolut schrecklich Hier die Distanz einzuschätzen Meine Güte Jesus Christ Das ist ja unerträglich Hier in diesen Dingern Die Gegner sind ja nicht immer das Schlimmste Aber diese Kamera dabei Ich habe nie eine Ahnung ob ich in der Luft bin oder am Boden Alter 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 sorry aber das ist schreckliches Level Design hier Es fühlt sich mehr an wie so ein Trip als alles andere Ohne Scheiße ich werde hier Motions sick Ich habe nie eine Ahnung habe ob ich auf dem Boden bin oder in der Luft Nein Die Schnitzel Die Schnitzel die wir haben die wollte ich eigentlich mit den Kartoffeln machen Also von daher Windschneider Geht das Ding cool Oh bitte Oh ich muss hier mal weg Bitte nicht Bitte nicht Ja wenn die Wesen nicht so rumspringen würden Ich weiß Aber das Erstmal Es sieht hier drin schrecklich aus Also es ist wirklich Alter Ja guck mich ruhig an Das ist mir doch Wurst Hör doch mal auf immer denselben an zu visieren Ja guck mal durch die Gegend mach ruhig Ist nicht so als ob ich hier irgendwie Ne Erstmal die Nerven sägen Nein nicht den Die Gegner sind nicht mal stark Die sind einfach nur Weil du nie weißt wo du stehst Oh alter Dislocated Ich will hier nur noch weg Ja ich verstehe auch warum man im Nimmerland levelt Weil das ist ja Das ist ja eine Beleidigung für die Sehnerven Vor allem wenn du dann versuchst was anzuvisieren Du hast keine Ahnung Wie weit ist das Ding über mir Kann ich da hoch Kann ich es erreichen Kriege ich einfach nur gerade einen Anfall Das ist absolut schrecklich Boah alter Ich will nur noch hier raus Ich möchte echt nur noch hier raus Nicht mal das eigene Spiel weiß wo es hin soll Ich drücke auch immer das falsche Ach shit Meine Güte Wisst ihr es gab sowas ähnliches damals in Kingdom Hearts 1 Aber es war nicht annähernd so obnoxious Es war damals nicht ansatzweise so nervig So Schwertfall Serie klingt witzig Dunkler Dunst Schallschock haben wir Sand denn Zucken ist ziemlich scheiße Das weiß ich noch Windschneider haben wir selber schon Sorry Stummangriff hoher Reichweite Och komm why not Ja Magie brauchen wir ja gar nicht erst gucken Wir wissen ja Äh ne Das kann er sich sonst wo hinschieben Warte mal was Fusionen neu Glücksklinge Glücksklinge mit Schwertfall Schwertfall Serie Och wie cool For free Free Okay sorry Und sonst nischt Okay Dann nehmen wir mal Guck mal wo ist das dieses Hier Windschneider Ein Drehangriff Ein Wirbelschleuer Gegner Und dann ist er weg Cool Dunkler Dunst Feuerschlag können wir Ne warte Schwertwurf ist scheiße Fähigkeiten Ist zwar nicht so dolle Aber meine Jüde Ach dunkler Stern Hier guck mal Das ist das jetzt Hier ist auch schon wieder Ein ganz schönes Stück Das geht ja auch ne Wir können ja Sachen umbenennen Auch wenn das Schreiben Hier ein absoluter Albtraum Ist Äh So richtig ja Dinkel Dinkel super Dinkel super Wisst ihr was Ich wollte zwar nicht Dinkel Stern nehmen Aber mein gut Ich bin jetzt Schreibfaul Dinkel super Okay passt Nehmen wir Ist gekauft Haben wir noch Irgendwelche hiervon Die Musik klingt auch Als ob hier irgendwie Ein Welpe mal gestorben wäre Das ist ein Friedhof Es macht Sinn Aber trotzdem Frag dir ein paar Wittger Ja hab ich doch Hab noch zwei Wittgers Wittger rettet mich auch nicht Wenn ich auf einmal In so einer Instant Death Kombo hänge Wie bei Equias vorhin Äh tausende Welpen Ja doch So ein bisschen Boah shit boy Boah shit boy Konfi ist auch Den ganzen Tag leer Was ist denn los hier Leistet mir keiner Gesellschaft Bei diesem Edge Fest Thousands of puppies Are dead Da kommt die Mutti Andy streamt grad Ich weiß Ja Guess what War ich Ist meine Schuld Von woher weiß sie das Du hast ihm nicht nur dabei Geholfen Du hast es selber gemacht Woher hat noch ein bisschen Mehr abgesettet Nur um das mal zu sagen Ich habe sie Was ist noch ein Schmerz, als Schmerz und Schmerz? Xehanort schützt die Schmerzen in dir. Sie machte dich kämpfen. Du wirst wieder zurückgehen. Dir mal. Wie ist das unser Schmerz, Terra? Er war ein Schmerz. Was?! Das sind viele Schüsselschwerte. Oh yes. Vielen Dank für den Bitt. Alles, was wir über dieses Schwert wissen, ist, dass es einen anderen Font benutzt. Und nur das Gefühl. Relax, Mann. Wir sind hier, und wir werden dich ausziehen. Ich könnte es müssen gegen Bonitas kämpfen, nachher. Wenn ich so, Leute, ich... 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 ... ... als Freund... ... einfach... ... ein Ende zu mir. Sekunde mal. Ah, Mikro. Arbeite mit mir. So, sorry. In combat. Ja. Das sind so viele Schwerter. Das ist schon fast eine gesamte Menschheit in Schwertern. Dipschit. Also... Duda. Transformation! Guck mal, jetzt kriegen wir dasselbe, was wir in dem Trailer damals hatten, nur in nicht so geiler Auflösung. Das ist schon faszinierend irgendwo, ne? Fascinating, isn't it? Das ist der Grund, warum ich Kingdom Hearts Birth By Sleep eigentlich nicht so mag. Weil du genau weißt, wie es ausgeht. Ja, und ohne Cape. Oh shit, ja. Ja. Finn! Ja! 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 Defroste, mein Freund. Du musst dich chillen. Ja, diese Power hat ihn nur ein bisschen kalt gelassen. Oh shit, Smicky. Man hörte nur leise im Hintergrund. Warum müsst ihr halt auch hier einen Helm abnehmen? Ja! Ja! Okay! Aber warum? Ja, 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 ja. Schock gefrostet. Don't get nored! Tara, ich sagte das nur ganz, das ist ganz wichtig. Don't get nored! Ja, das könnte witzig werden. Oh shit, boy. Na, Junkin? Okay. Supper? Bitte sag mir, du hältst während des Fights irgendwann die Fresse. Oh süß! Na nie! Das lass, danke für die Bits! So den bitte. Guck! 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 Habt ihr den damit getroffen?! Beide haben so edgelordige Schwerter, ey! Guck! 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 Hallo! Das ist ein Mesh-Block, also... TASTE MY FEET! Yo! Invincibility Frames, nice! Boah, mega Klingel! Damn Damage though! Alter! Get decked, Opa! Alter! Get decked, Opa! There's what you get, Grandpa! There's what you get! There, you see? You see that shit? The key blade has been forged! Dead! And now, Terra, it is time for the final union! And now I'm gonna kill myself! What? At last, our moment is here! Out with the old and brittle vessel, and in with the younger, stronger, new one! I swore I would survive, and be there to see what awaited beyond the key blade war. And now, it is your darkness that shall be the ark that sustains me! Hadouken! Nut but so nearby, this is a pretty overpowered move. findest du nicht auch? He got Norded Warum ist das so ein Edge-Lord? Ja, das ist, äh, freut mich hier schon die ganze Zeit. Warum ist hier jeder so ein Edge-Lord? Oh, die Musik ist geil. Und das wäre jetzt eigentlich der Moment gewesen, wo man das Spiel richtig hätte Spaß machen können. So nach dem Motto, ja, guck mal, jetzt bist du hier, kennst du noch Lingering Will? Ja, hier, hab Spaß. Ich merke jetzt erst, wie viel Invincibility hat, äh, Dings. Blocken. Ich hab das. Ich hab das. das war für den bett okay do nothing auch schön Okay You are my combat Ah 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 Enough Unline Medication Erma Ah 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 morning Ah Ah Let's go Ah Ah Ach, wir können uns auch heilen, du bist mir ja ein witziger. Ja, wunderbar. Kann absolut nichts sehen, ey. Ja, das ist ein Witziger, das ist ein Witziger. Ja, das ist ein Witziger, das ist ein Witziger. Ja, das ist ein Witziger. Ja, das ist ein Witziger. Ja, geil, das Ding ist einfach vorher explodiert. Ist das wieder der, ja, wieder der Scheiß. Oh, fuck. Ah. Ja, das ist ein Witziger. Ah! Ja, geil. Wie soll man davon alle ablocken? Ja! Ja! Oh! God damn it! Im Kreis laufen und daschen. Okay, gut. So macht man das also. Oh! Nerv! Oh! 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 Der war ne harte Nuss. Aber einfach an sich, äh, counter einfach alles von ihm und dann ist gut. Wenn sie sausig einfach heilt, ey. Ich bin mal weiter hier, ne? Oh! 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 Darkness. Wenn, Aqua, I don't feel so good. Fuck no. Credits könnt ihr euch sonst wo hinschieben gerade. Ja, ja doch, doch, doch. Doch, läuft. Ja, gut, aber wir machen heute noch weiter auf jeden Fall. So viel ist man sicher. Yeah.